Können Sie uns nochmal sagen, was konkret für die Mitarbeiter und vor allem für die Mitarbeiter auf dem Spiel sind? Ja, es handelt sich um 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Einbeziehung der Beschäftigten, die bei der Herstellung der Vormaterialien tätig sind und die in der Infrastruktur hier in Duisburg tätig sind, kommt man da sehr schnell auf über 1000 Beschäftigte und das ist kein Wartenstiel. Gerade in Duisburg, in einer Stadt, die was die Arbeitslosigkeit anbelangt, leider in Nordrhein-Westfalen an der Spitze vergleichbarer Städte rangiert. Das ist aber nicht der einzige Punkt, wirtschafts- und futurpolitisch geht es darum, den einzigen Schienenhersteller in Deutschland zu erhalten und diese strukturpolitische Dimension ist zumindest genauso wichtig wie die Erhaltung der unmittelbaren, mittelbar betroffenen Arbeitsplätze, der Standort Duisburg und dies ist für uns in Akzeptan. Haben Sie denn noch eine Hoffnung im Jahr, warum? Also ich glaube, angesichts der hier vorhandenen Technologien, des Know-hows, auch der wirtschaftlichen Situation, gibt es für das Unternehmen eine Perspektive, wenn die beteiligten Menschen angeordnet, dies zu inszenieren. Das ist schon weit hergeholt. Also wir kämpfen in Nordrhein-Westfalen um jeden industriellen Arbeitsplatz, weil wir Industrieland sind und auch bleiben wollen. Die letzten Monate und Jahre haben gezeigt, dass Länder mit einem doch nähenswerten Besatz an industriellen Arbeitsplätzen auch durch Finanzkrisen besser hindurchkommen und schon deshalb brauchen wir hier die Industrie, brauchen wir Finalproduzenten, also Endprodukt-Hersteller und wir wollen dies auch erhalten, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Wenn alle Stücke reißen sollten, wird es Gespräche geben mit Tissen eventuell, weil das ja ehemalige Tissen-Mitarbeiter sind? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das will ich mir nach Bestätigen noch verneinen. So weit sind wir noch nicht. Es wäre ja, Sie kennen die IG Metall gerade in Duisburg. Es wäre doch absurd, wenn wir jetzt über diese Dinge nachdenken, jetzt steht im Vordergrund, alles zu unternehmen, um Standort zu haben. Vielen Dank, meine Damen und Herren.